hallo und herzlich willkommen zurück zur minecraft die saga von milden dem magier von mir so ich habe mal ein neues texture pack wir reingepackt es ist glaube ich quasi fast dasselbe und ich habe auch mal die shaders angemacht aber ich sehe schon es ist sehr leckig es sieht so schön aus was leckt ich glaube es leckt ein wenig das sieht aber so schön aus aber wenn es leckt ist das dürfe deswegen option shaders keine dann leckt es nicht und dann ist auch gut auch so geht das noch ja was haben wir denn heute mal wieder vor ich habe jetzt letzten tage nichts aufgenommen da ich nachtschicht hatte und ich hatte einfach so müde schlafen arbeit schlafen aber jetzt geht es wieder los wir werden heute was tun ich weiß noch nicht was das haus mit sein weiter gebaut werden ich glaube wir werden einfach mal ein bisschen erforschen dieser eine hülle die ich da gefunden habe wir brauchen nämlich noch so komische steine diese kiste ist voll diese kiste ist voll diese kiste ist auch voll deswegen werde ich mehr als zwei neue kisten bauen so eigentlich könnte ich die ach geht nicht das ist ja gut wo geht das nicht das ist ja komisch machen wir die jetzt mal da hin ach lol ich wollte noch ein tutorial aufnehmen deswegen bin ich noch im gamemode drin naja gut habe jetzt zwei kisten umsonst gekriegt ist auch okay ich hatte nämlich vor noch ein tutorial aufzunehmen dazu aber dann mehr wenn das tutorial da ist mhmhm so ich brauche mal eine eisenspitzhacke den brauche ich gerade nicht das schwert nehme ich mit die stöcke nehme ich mit ich nehme nochmal den 6 das spitzhacke können wir auch brauchen das nehmen wir nicht mit das ist ja da soll ich noch irgendwo eisen rumfliegen ok ok was hin habe ich ehm eisen wäre cool eisen ach eigentlich würde ich die ja verdoppeln ne aber egal ich will auch eine neue spitzhacke haben steinhacke steinschaufel das ist nehmen wir auch noch mit eine davon so die fackel nehmen wir auch mit dann gehen wir los und dann gehen wir jetzt aber auch los das texture pack ist übrigens ein bisschen schilder finde ich es ist quasi fast dasselbe nur optimierte und hat sogar noch eine bessere auflösung mit shadern wäre natürlich noch geiler aber da der shader so viel performance zieht warte mal wo komm ich da bin ich denn schon wieder hier muss ich hoch wenn ich jetzt dumm ich dachte ich wäre ich hätte mich hier lang gebuddelt verwirrend ich dachte ich hätte irgendwo schon ein loch gebuddelt aber anscheinend nicht ich finde die da aber nicht wieder ich will da hinten hin zu dem wasser dahin muss wahrscheinlich auch ein bisschen höher weil ich suche eigentlich diese komischen quarzkristalle ich war doch hier schon wie ich da hingekommen bin weiß ich nicht sehr verwöhnt der reiht auf dem huhn leute das weiß ich auch nicht aus dem eisen nehmen wir natürlich immer mit gold silber kann man auch immer gut gebrauchen gold diese dinge ist unser ich ich guck ich hier aber es kohle ist natürlich auch immer super diese folge erstmal ein bisschen meinen halt bisschen was suchen weil ich bin auch gratis aufgestanden ich muss aber irgendwas machen ja so kommen wir nicht voran was ich mir warum nicht machen wir mal eben einmal ein bisschen so ein paar materialien machen paar dinge sachen vielleicht auch noch mal wieder so wie wir hier so schön rum meinern werden so eine schöne gold nämlich auf jeden fall mit hier ist dann aber auch Ende im Gelände oder was so so da habe ich natürlich keine Schere mit kann ich einfach hier mein Eisen hinhauen das geht's aber nicht die würde ich gerne mitnehmen das ist die Frage kann ich mit so einer Schere ab ja das ist doch gut jetzt hier also ich hätte mir noch mal diesen gang angucken gehen auf die anderen seite ich suche hier eigentlich so Quarzkristalle hier haben wir Zinn halt noch eigentlich das was blaues wir wollen mal was blaues brauchen was grünes hier 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 Oh, da ist so ein Ding. Ich sehe jetzt aber nicht so diese komischen Kristalle meinen da, oder? Da oben? Könnten sie das sein? Könnten sie das sein? Ich weiß es nicht genau. Die könnten da drauf hinfallen. Die sind es auch. Die will ich haben. So. Höhe von 40. Ah, einer ist glaube ich runtergefallen. Da haben glaube ich noch mehr. Wenn wir uns einmal darüber bauen. Boah. Das ist ja wieder nicht wahr. Alter Leute. Ich hasse es ey. Ja. Gut. Wie sieht das hier aus? Na. Wir haben noch zwei Minuten. Also wir hätten einen Versuch noch. Vielleicht. Einen Versuch hätten wir noch das wieder zu kriegen. Ganz schnell. Ganz schnell. Ne. Okay. Also. Wir haben jetzt mal wieder richtig verkackt. Ich werde mir jetzt mal ein bisschen Ausrüstung machen und dann mal gucken wie ich das hinkriege das wieder zu holen und zu sterben. Und dann sage ich jetzt erst mal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben drauf, wenn nicht dann nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.